Das Trachten nach der Vollkommenheit Eine Predigt von Hermann Friedrich Kohlbrücke Aus dem Hebräerbrief, Kapitel 6, die Verse 1 und 2 Darum wollen wir die Lehre vom Anfang christlichen Lebens jetzt lassen und zur Vollkommenheit fahren, nicht aber mal Grund legen von der Buße der toten Werke, vom Glauben an Gott, von der Taufe, von der Lehre, vom Hände auflegen, von der toten Auferstehung und vom ewigen Gericht. Wenn es schwer ist, das vierte Kapitel auszulegen, was Gott seiner Gemeinde bekannt macht in den Worten Erst hohe Priester nach der Ordnung Melchizedeks. So ist dieses Kapitel besonders schwer. Meine Geliebten, wir werden sterben. Gott gebe euch die Gnade, dass ihr diese Worte zu Herzen nehmt. Es schreibt der Apostel, Vers 1 Darum wollen wir die Lehre vom Anfang christlichen Lebens jetzt lassen und zur Vollkommenheit fahren, nicht aber mal Grund legen von der Buße der toten Werke, vom Glauben an Gott. Gegen Ende des vorigen Kapitels sagte der Apostel, ihr solltet längst Meister sein. Da möchte man fragen, wie geht denn der Apostel hier zur Vollkommenheit über? Es gibt Kinder in der Kinderlehre, die vorankommen. Außerdem, diejenigen, die da sollten schon lange Meister sein, waren solche, denen es eigentlich nicht um die Lehre ging, die aber meinten, sie seien durch alle Lehre hindurch, sie seien vollkommen in der Wahrheit, um selig zu werden, schon längst beschlagen. Was da steht, täten sie alles. Sie hätten den guten Glauben, sie brauchten nichts mehr zu tun, als Gott vor anderen Leuten zu rechtfertigen. Um solcher Willen konnte der Apostel doch nicht zurückbleiben. Anfang des christlichen Lebens, das ist die Lehre, in welcher das Wort Christus, den Gemeinen, im Anfang vorgehalten wurde. Hier ist nicht von sittlicher Vollkommenheit die Rede, wenn der Apostel sagt, wir wollen zur Vollkommenheit fahren. Er spricht nicht von Fortschritte machen in der Heiligung, sondern er nimmt Vollkommenheit in dem Sinne, wie sie vor Gott gilt. Eine Vollkommenheit der Sitten mag es geben, dass man etwa verkehrten Gewohnheiten abstirbt. Allein diese Vollkommenheit ist nichts Festes. Ich kannte eine alte Christin, die 90 Jahre alt war. So lange hatte Gott für sie gesorgt, und da wart ihr noch bange, ob ihr wohl das Geld noch gelassen würde, das sie hatte. Jedes Alter hat seine Sünden und Untugende. Und wenn man denkt, die Sünden seien weg, dann sind wieder Neue da. Der Mensch bleibt ein Mensch. Es gibt aber doch eine Vollkommenheit, und der Apostel Paulus schreibt viel davon, zum Beispiel in Epheser 1, Vers 15. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe, von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesu und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Da haben wir das Wort des Anfangs Christi. Und nun geht es weiter voran. Epheser 3, die Verse 14 bis 17. Der halben beuge ich meine Knie gegen den Vater und unseren Herrn Jesus Christus. Der der rechte Vater ist über alles, was der Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Und Christum, zu wohnen durch den Glauben in euren Herzen und durch die Liebe eingewurzelt und gegründet zu werden. Und in Kapitel 4, die Verse 11 bis 14. Und er hat etliche zu Aposteln gesetzt, etliche aber zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hürden und Lehrern, dass die Heiligen zugerichtet werden zum Werk des Amtes, dadurch der Leib Christi erbaut werde. Bis dass wir alle hinankommen, zu einerlei Glauben und Erkenntnis des Sohnes Gottes und ein vollkommener Mann werden, der da sei in der Maße des vollkommenen Alters Christi, auf das wir nicht mehr Kinder sein und uns wägen und wiegen lassen von allerlei Wind der Leere, durch Schalkheit der Menschen und Täuscherei, damit sie uns erschleichen, zu verführen. Und in Philipper 3, die Verse 7 bis 17. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Schaden geachtet. Denn ich achte alles für Schaden gegen der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um welches Willen, ich habe alles für Schaden gerechnet und achte es für Dreck, auf das ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird, zu erkennen ihm und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, dass ich seinem Tode ähnlich werde, damit ich entgegenkomme zur Auferstehung der Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möchte, nachdem ich von Christu Jesu ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich zu dem, was da vorne ist und jage nach, dem vorgestreckten Ziel nach, dem Kleinod, welches vorhält, die himmlische Berufung Gottes in Christi Jesu. Wie viele nun unser vollkommen sind, die lasst uns also gesinnt sein. Und sollt ihr sonst etwas halten, das lasst euch Gott offenbaren. Doch sofern, dass wir nach einer Regel, darin wir gekommen sind, wandeln und gleich gesinnet sein. Folget mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns habet zum Vorbild. vollkommen ist also der, welcher den wahren Durst hat nach der Gerechtigkeit, dass er erfahren und gelehrt sei in dem Geiste, in der Wahrheit Christi. Lasset uns zur Vollkommenheit fahren. Ich kann mich nicht länger aufhalten lassen. Wenn der König kommt, geht alles hin, um ihn zu sehen. Alles ist auf seinen Beinen. So auch, wo der König und Hohepriester nach der Ordnung Melchizedek ist. Darum, lasst uns zur Vollkommenheit fahren. Wir haben nichts zu versäumen. Der König Jesu soll leben und allein die Ehre haben. Drum ich mit euch und ihr mit mir zur Vollkommenheit. Lasset uns nicht aber mal Grund legen von Buße der toten Werke. Die Apostel haben erst einen Grund gelegt. Wo sie mit dem Worte, dem Evangelium hinkamen, legten sie einen Grund in die Seele. damit sie auf diesem Grunde weiter aufgebaut werden möge. Bleiben wir bei dem rechten Arzte, solange wir leben. Wir sind nichts, er aber ist alles. Vor Gott helfen alle Entschuldigungen nichts, wenn ein Mensch meint, er wisse etwas und hat doch nicht auf den rechten Grund gebaut. Wer den rechten Grund gelegt hat, baut darauf voran. Niemand würde einen Baumeister dulden, der immer am Grunde stehen bleibe. So gibt es denn einen Grund und das ist dieser, Christus Jesus, der Gekreuzigte. Es hat aber der Apostel davon geredet, dass ein Unterschied sei zwischen dem, was gebaut wird. Wir haben hier sechs Stücke. Erstens, Buße von den Totenwerken oder Bekehrung von den Totenwerken hinweg. Zweitens, Glauben an Gott. Drittens, Lehre von den verschiedenen Taufen. Viertens, Händeauflegung. Fünftens, Auferstehung. Sechstens, vom ewigen Gericht. Darin liegt die ganze Lehre. Was sind nun tote Werke? Das sind solche, welche nicht in Gott getan sind. Welche nicht sind Frucht des Heiligen Geistes. Welche also Gott nicht in uns gewirkt hat. Das ist nun auch zuerst allerlei hochfertiges Wesen, Ehebruch, Mord und dergleichen. Aber weiter sind es auch alle die Werke, welche wir nur immer in unserem Zustande des Nichtbekehrtseins tun, zu müssen meinen. Es sind die Werke, welche wir meinen, Gott bringen zu können. Dazu gehört, sich selbst bekehren, sich selbst kasteien, sich anders kleiden als sonst. Alles, um eine schreckliche Unruhe vom Halse zu haben, um nicht von Gott gestraft zu werden. Die toten Werke bleiben einem noch lange bis nach der Bekehrung. Es sind tote Werke, weil sie aus dem Menschen hervorgehen und der Mensch Gott damit versöhnen will. Da kann aber Christus nicht sein ganzer Verlass sein. Bei den Juden, den Hebräern, war das so mächtig, dass sie die Schriften hatten und die Verheißung, das Gesetz, das Evangelium. Sie gingen in den Tempel, hatten den Hohepriester vor sich. Sie hatten die Beschneidung. Davon mussten nun die Hebräer bekehrt werden. Das war das Erste. In der ganzen Heiligen Schrift findet ihr am Ersten. Bekehrt euch. Das ist, legt euren verkehrten Sinn und Willen ab. Kehrt euch um. Nicht mit dem Rücken nach Gott zu, sondern seht ihm ins Angesicht. Darum lesen wir namentlich in der Apostelgeschichte, dass Petrus zu predigen beginnt. Bekehrt euch. Und der Apostel Paulus sagt in Römer 6, die Verse 20 und 21. Denn da ihr in der Sünde Knechte waret, das ist Knechte des Unglaubens, dass Christus nicht anerkannt wird, da waret ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr zu der Zeit für Frucht, da ihr in euren toten Werken und Gesinnungen lebt? Was hattet ihr da für Frucht? Habt ihr da Kraft und Heiligkeit bekommen? War das Ende nicht der Tod? Müsst ihr euch nicht schämen über die Frucht, die ihr hattet, wie es denn auch im Liede heißt? Ich lag in Spott und Schanden. Aber du, Herr, bist meine Gerechtigkeit. Schämet euch, eures Tuns wegen. Ihr tut es nur, auf das Gott und ich sollt ihr Recht haben. Ihr bietet alles auf, Gott Lügen zu strafen. Bekehrt euch von diesen toten Werken. Darauf folgt Glaube an Gott. Das Evangelium hält sich nicht lange mit dem Glauben auf. Denen, die in Sünden stecken bleiben, ist nicht zu helfen. Denen aber, die in Sünden stecken, die voll guter Werke sind und doch wissen, dass sie nichts taugen, ist leicht zu predigen und da freut man sich der Lehre. Das ist hier der Glaube, dass an Gott geglaubt wird, wie er Gerechtigkeit gibt, ohne Werke, dass man Gott halte für einen ehrlichen Mann, dass man von ihm glaube, dass er ein solcher Gott ist, der die Ungerechtigkeit wegnimmt und sie bedeckt mit Gnade und der es tut, um Jesu Christi willen, um ewiges Leben zu erteilen. So dann die Lehre von der Taufe, das ist von der Taufe Johannes, der Taufe Christi. Nicht die Lehre von den jüdischen Waschungen, sondern von der Taufe. Darin wurden damals die Jünger und Gläubigen unterrichtet. Das finden wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 19, die Verse 1 bis 3. Es geschah aber, da Apollo zu Korinth war, dass Paulus durchwandelte die oberen Länder und kam nach Ephesus und fand etliche Jünger, zu denen sprach er, Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, da ihr gläubig geworden seid? Sie sprachen zu ihm, Wir haben auch nie gehört, ob ein Heiliger Geist sei. Und er sprach zu ihnen, Worauf seid ihr denn getauft? Sie sprachen, Auf Johannis Taufe. Hier ist nicht die Rede von dem Heiligen Geist, wie wir gewöhnlich davon reden, gelernt haben und lernen, dass er ist gleich ewiger Gott mit dem Vater und dem Sohne, sondern von dem Heiligen Geist in seinen Wirkungen, wie sie damals stattfanden in Zungen, Sprachen, Gesundmachen und dergleichen, wie wir das lesen im ersten Korintherbrief. Wir lesen weiter Apostelgeschichte 19, die Verse 4 und 5. Paulus aber sprach, Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und sagte dem Volk, dass sie sollten glauben an den, der nach ihm kommen sollte. Das ist an Jesu, dass er Christus sei. Da sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesu. Dies ist nicht so zu verstehen, dass die Leute zweimal getauft worden seien, sondern die Meinung ist, dass diejenigen, die den Johannes hörten, sich von ihm taufen ließen in dem Namen Jesu. Dann folgt Vers 6. Und da Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie und redeten mit Zungen und Weissagten. Sie waren also erst unterrichtet worden, was die Taufe Johannes gewesen sei. Die Taufe Johannes und Christi war ein und dieselbe. Der Unterschied ist nur der, dass Johannes auf den kommenden Christus hinwies, indem er dem Volke sagte, sie sollten glauben an den, der nach ihm käme, also an Christus. So taufte er sie denn in dem Namen Jesu. Johannes starb im Gefängnis und der Herr ließ die Taufe fortsetzen, nachdem er auferstanden war und nun hieß es, ich bin es, der da kommt, dem gegeben ist alle Macht im Himmel und auf Erden, zu allen Heiden hin. Und wo mir die Macht gegeben ist, schließe ich den Himmel auf allen Völkern und werde alle Völker ziehen, dass mein und Gottes Name auf sie gekommen sei. Ich bin auferstanden und die Taufe ist davon das Siegel. Der alte Mensch ist mir gestorben und der neue Mensch ist mit mir auferstanden, dass er lebe. Das war die Lehre von der zweiten Taufe. Die Taufe Johannes ist Buße von toten Werken. Die Taufe Christi ist abgelegt, habt ihr euren alten Menschen und angezogen den neuen. Beschnitten seid ihr nun ohne Hände und in der Macht meiner Auferstehung seid ihr gesegnet. Darum lasse ich den Heiligen Geist kommen, dass mir ein Volk geboren werde, wie der Tau der Morgenröte. Die Lehre von der Handauflegung, wie wir es in der Apostelgeschichte vernommen haben, zum Dienst und Amt in und für die Gemeinde. Von der toten Auferstehung Das haben alle Gläubigen geglaubt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er wird über dem Stau bestehen. Aus meinem Fleische werde ich Gott schauen. Allerwärts finden wir in dem alten Bunde die Lehre und den Trost von der Auferstehung. Was aber von den Pharisäern gleichsam verwischt war. Ihr wisst, wie der Apostel davon erfüllt gewesen ist. Mit diesem Leib werden wir stehen vor dem Herrn. Ihm mit diesen Händen anfassen, mit den Lippen küssen. Vor ihm werden sich alle Knie beugen und alle Zungen werden ihn loben. Was geboren wird, ist zwar sterblich, es ist aber doch nicht etwa ein anderer Leib, der aufersteht, sondern es ist der Leib, der begraben wird, wie auch der Herr nicht mit einem anderen Leibe auferstand. Gott wird über dem Staube stehen, wird ihn zusammenbringen und zur Zeit der letzten Posaune werden die Toten auferstehen. In dieser Auferstehung liegt die Macht des Trostes für solche, welche täglich den Tod sterben und allerlei Trübsal ausgesetzt sind. Das wissen wir von Paulus, wie er fortwährend mit dem Tode hat kämpfen müssen, aber sein Trost war die Auferstehung. Die Feinden sollen die Seele nicht haben, aber auch den Leib nicht, sondern der Herr wird beides zusammenbringen. Die Macht, welche darin lag, dass Christus auferstanden ist, wurde so gepredigt, dass eine neue Schöpfung da sei, dass Himmel und Erde wieder neu sei, das Paradies wiedergebracht dem Adam und dieses Leben, das Christus erworben hat, ist mächtiger als der Tod, hat den Tod verschlungen und die Zeit ist nicht mehr fern. Verkündigen sie, das heißt, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Damit kamen sie dann zur Lehre vom ewigen Gericht. Das war zu erschrecken und um Bange zu machen. Zwei werden auf einem Bette liegen, der eine wird angenommen, der andere verworfen werden. Die Böcke sollen mit den Teufeln in die Hölle gestoßen werden. Dieses ewige Gericht wurde aber der Gemeinde auch mit dem Troste vorgehalten, wie er in unserem Katechismus ausgesprochen ist. Dass ich in aller Trübsal und Verfolgung mit aufgerichteten Haupte eben des Richters, der sich zuvor dem Gerichte Gottes für mich dargestellt und alle Verarmleidung von mir hinweggenommen hat, aus dem Himmel gegenwärtig bin, dass er alle seine und meine Feinde in die ewige Verdammnis werfe, mich aber samt allen Auserwählten zu sich in die himmlische Freude und Herrlichkeit nehmen. Amen.